Genau und dafür Mana und Lebenspunkte. Ich weiß, wie dürft ihr jetzt zweimal Mana bekommen für jeden Gegner und er hat nicht unbedingt einen Spell, den man gerne benutzen möchte, aber wir haben halt keine reine Lebenspunkte entziehen. Noch irgendwas, was wir ändern wollen. Er hat nur 370 Lebenspunkte. Nö. Also wir sollten einmal noch Lebenspunkte erhöhen. So, 378. Echt nicht viel. Und ich muss mich jetzt wieder umgewöhnen, dass wir nicht Doppelsprung haben, sondern fliegen. Ach ja, das Spiel fordert viel von mir. Immer wieder umstehen. Dabei bin ich doch so ein Gewohnheitstier. Oh ja, fliegen ist toll. So, zack, zack. Und one hit, alles kaputt. Und mit einem neuen Schwert. Oh ja. Doom was, one hit. Besser geht's nicht. Oh ja, wie geil. Okay, Ritter kann noch nicht one hitten, aber das ist mir so egal. Hauptsache Doom was und anderer kleinen Kram. Oh, dich habe ich noch nicht so häufig gesehen. Aber ich komme mich an dich ran, okay? Oh, warte mal, wir können hier ab. Hihihihi. Das kommt mir jetzt kein bisschen wie Cheaten vor, das Fliegen. Ich freue mich schon auch später, wenn wir aus Fang den Drachencharakter mal richtig aufpimpen können. Also mit Mana hochpushen und was weiß ich. Der geht bestimmt richtig ab und durchgehend fliegen und pewpew. Aber zu dem Zeitpunkt sind wir schon so stark, dass wir das eigentlich gar nicht mehr bräuchten, denke ich. Aber ja. Umhang ist eine gute Sache. Oh. So, 2000 Gold in ein paar Sekunden zusammengeklaut. Das ist okay. Zack. Hey, warum bist du kein One-Hit mehr? Ich bin jetzt nicht so toll. Okay, wir müssen noch dran arbeiten. Wir sind auf einem sehr guten Weg, was die Angriffskraft angeht. Jetzt fehlen nur noch die Lebenspunkte und wahrscheinlich die Rüstung. Und Mana, falls wir denn mal eine gute Zauber bekommen. Obwohl, wo ich das gerade so angeguckt habe, das war gar nicht mal so schlecht. Ich meine, der Typ war tot. Und das ist ja Sinn des Ganzen. Mal gucken. Zing, zing, zing. Äh, wir sind jetzt schon eine Maya? Okay. Ich habe ein Déjà-vu. Mal wieder. So, die Statuen lassen wir da schön stehen oben. Zing. Und Royal Bracer. Können wir damit auch fliegen? Das wäre ein wenig komisch. So, kurz runter gucken. Oh. So, du machst ping-pong ohne Gnade. Wusch. Wusch. Ding, ding. Sehr schön. Volle Lebenspunkte. 7000. Ah, das mag ich doch mal. Hund auf dem Servietablett. Und hier ist nichts. Okay. Nein. Das ist der Nachteil am Fliegen. Ich drücke meistens automatisch hoch. So. Oh. Komm hoch. Komm hoch, du kleines, doofes Ding. Du bist keine echte Kiste. Okay, der Zauber ist doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Kostet zwar ein bisschen Mana, aber das ist mir wert. Das war lustig. Oh. Und wer sagt immer, dass alle Zauber gleich mächtig sein müssen? Vielleicht müssten sie doch einfach nur unterhaltsam sein. Ding. War gar kein Ding, was. Oh. Huiii. So. Ah, der Hopp. Ding, ding. Du bist ein Uwas. Ding. So, sehr schön. 7700 Gold. Und die Ecke hier wäre auch fertig. Was bleibt denn noch? Hier gar nichts mehr. Okay. So. Dash, dash, dash. Dash, dash. Dash. Ja. Nochmal Dash, Dash, Dash. Am Bossraum... Hm... Vorbei? Fragezeichen. Maya war... Ah. Es müsste die fliegende Kugel sein. Also einfach nur sehr viel ausweichen und draufhauen. Ich glaube, ich probiere es einfach mal. Äh, joh. Pommendet er. So. Joh, die geht richtig gut runter. Oh. Achttausend Schadenspunkte. Ja, ich glaube irgendwie nicht. Äh, weg. So, komm mal her. Oh. Bisschen ausweichen spielen. Und der ist gleich kaputt. Gleich kaputt, gleich kaputt, gleich kaputt. Ja, also die Bosse scheinen nicht so wirklich stärker geworden zu sein. Auch wenn sie zig, zehntausend Schadenspunkte beursachen. Das war sehr knapp. Und das war sehr viel Gold. Noch mehr Gold. Äh, kurz vorhin gucken wir mal irgendwo Gold rumliegt. Nö. Schwusch. Und Angriffskraft, Mana-Schaden und Mana. Und Gegner noch mal drei tot. Fehlt noch der aus dem Wald und aus der Hölle. So, wir haben nicht mehr sehr viele Lebenspunkte. Ja, du kommst hier auch. Ach, endlich mal so geklappt, wie ich es gerne hätte. Ich mag die Stelle da nicht. Oh. Genau, eins nach dem anderen. Erstmal Eismagier. So. Oh, okay. So. Oh. Okay. Lass mir den Hund, das ist ein Hund, das ist ein Hund, das ist ein Hund. Ein garstiges Biest. So. Die Dinger machen mir fast mehr Panik als der Bosse eben gerade. Gib mir bitte eine Axt. Durchwerfen. Also es ist ja Übung und so, aber... Ich finde das doch ein wenig... ...albern. Obwohl ein bisschen besser werde ich. Aber wirklich nur ein bisschen... ...ja, vorbei. Ja, 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 ja. Ich glaube, die trotzdem sind ja 20 Gold. So. Ähm... Rechts. Obwohl, warte mal. Wir müssen eigentlich nur zum nächsten Teleporter. ...und uns dann in eine Richtung begeben, wo eine Fleischstatue ist. Aber ihr kennt mich ja ganz kurz mal. Oh, oh. Ah, ich höre einen Hund. Ne, 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 ne. So klappt das da nicht. Alle Gegner besiegen. Äh... Das Ding kommt nicht bis da unten hin und wir haben gar keine Magen dafür. Joa, schade. Also runter. Und hier weiter gucken. So weit, so gut, so weit, so gut. Kann wieder schön Lebenspunkte fassen, weil die Gegner einfach sind. Und ein regulärer Überkampf. Schön, schön. Ey, Maya. Wer hätte das gedacht? Tschinke, 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 tschinke. Oh. Na komm, kleiner Mann. Oh. Komm her. Weikling. Oh. Oh, die beiden Jungs. Obwohl, wir haben genau den richtigen Charakter da. Wir... Nein, haben wir nicht. Nein, wir sind tot. Ah, wir haben den Boss erlegt. Und anderthalb reingeschafft. Das ist vollkommen okay. Also wir haben einen Lich Queen. Ein Paladin, der ein Salvant ist. Also die Sprüche andauernd tauscht, was nicht so schön ist. Und ein Drache. Ich glaube, ich roll mal neu. Ein Spelunka. Ein Hokage, der ganz normal ist. Und ein Hokage, der klein ist. Klein ist praktisch, um überall in die Ritzen reinzukommen. Aber der spielt sich komisch. Und alles, was spielt sich komisch bedeutet, ist meistens... Ich kriege mehr auf die Fresse. Also nehme ich den, der nichts Normales hat. Äh, nichts Unnormales hat. So. 20.000. Ganz kurz gucken, was die Sachen hier so machen. Wir hatten nämlich irgendwo was Neues. Genau hier. Mehr Magie. Noch mehr als die Dragon Dings. Also schick. Braucht aber nochmal mehr Traglast. Was lässt sich machen? Eins, zwei, drei. So. Bracer. Royal. Heißt, unsere Sprüche machen jetzt noch mehr Schaden. Hier war... Doppelsprung hatten wir schon. Doppelsprung sprinten. Siffen. Siffen und Gegner stärker. Ne. Das bleibt alles genau so, wie es ist. Das heißt, 7.000 Gold für... Einmal Attack Up. Und das war's. Friss. Ah, 1781 Gold. Das tut weh. Das tut weh. Oh. One Hit. One Hit. One Hit. Sehr schön. Oh. Hey. So nicht, mein Jung. So nicht. Und du fängst auch gar nicht erst an, hier wieder Schaden zu machen. Und du warzombu. So. Oh. Oh. Zwei Treffer beim Ritter ist okay. Oh. Au. Ich bin irgendwie nicht mehr ganz so konzentriert. Da waren gerade zu viele Treffer drin, die nicht hätten sein müssen. So. Wenn ich's immer nicht brauch... Äh, wenn ich's immer brauch, sind sie nicht da. Hier hätten jetzt ruhig drei von den Doom was sein können. Hier hätte ich alle gewonnen hittet und dann wäre ich wieder voll. Aber nein, der Erzfeind versteckt sich mal wieder. Alle Gegner besiegen. Nö. Kommt er nicht an. Schade. Ähm, runter. Wow. Ihr seid viele. Hübchen. So. Das ist schon mal kaputt. Wow. Kaputt. Kaputt. Sehr schön. Ich frag mich, was nach Diamant kommt. Wenn irgendwas nach Diamant kommt. Ansonsten dürfen die ja später droppen wie... Münzen. Wenn das so weitergeht. Münz, Münz, Münz. Mwahahahaha. Genau. Einfach sterben und lachen. Äh, ihr könnt stehen bleiben. Hier nicht. Zing. Ganz schön. Auch wenn die 6700 Grad mal für einmal Angriffskraft aufstufen reichen. Wobei wir wahrscheinlich demnächst echt auf Lebenspunkte wieder umschwenken sollten. Aber naja, gucken wir mal. Erstmal wollen wir einfach nur töten und Spaß haben, dass das alles wieder ein bisschen leichter geworden ist. Oh. Oh, 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 oh. Er kann mich jetzt cheaten und durch die Wand angreifen. Ist ja nicht so, dass wir es die ganze Zeit können, aber... Das ist was anderes. Oh. Das war knapp. Das war knapp. Komm her. Oh. Ich sollte auf den Dingern echt nicht die Richtung wechseln. Das kommt nicht so gut an. Und wir sind in einem Gebiet, wo die Doomwasser wieder mehr aushalten. Das ist nicht schön. Oh. Ey. Warum stehe ich hier hoch? Nicht gut, nicht gut, nicht gut.